Schön, dass ihr da seid. Und immer noch da seid. Und wieder da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin an so einer komischen Hexe angekommen. So einer giftigen Braut. Und der Plan ist jetzt... Oh, ups. Der Plan ist jetzt, mich da oben in Ruhe mal umzugucken. Und mal zu schauen, ob ich das Gift irgendwie wegmachen kann, abschalten kann, wie auch immer. Dafür gehen wir jetzt erst mal... Ah, okay, ich muss weiter links laufen, dass der Pestdoktor mich nicht trifft. Ach. Du, Saftsack. Jetzt, Adley. So, dann runter zur Zauberhexe. Oh. Hier vielleicht. Das sieht gut aus. Ach ja. Wir sind vergiftet. Dann können wir auch gerade noch ein bisschen mehr draufkloppen. Wenn wir eh schon vergiftet sind. Da sind noch mehr von denen. Oh nein, die sterben jetzt. Oh, verdammt. Ah, das ist eine miese Ecke dort. Oh, ich glaube, ich schmeiße da erstmal irgendwie eine Bombe rein. Ratte. Hey, Sascha, grüß dich. Hi. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich kann es nur immer wieder sagen. Schön, dass ihr alle da seid. Haha, nicht aufgepasst. Habe ich eine Bombe einstecken? Nee, aber Wurfmesser. Hier, so eine explodiert und richtest Finsternisschaden an. Na, schauen wir mal. League of Legends oder Rocket League oder welche Liga meinst du? League of Legends? Nee. Wenn du mich, wenn MOBA dann, wenn MOBA dann Heroes of the Storm, alle anderen MOBAs oder ja, habe ich mich nicht reingearbeitet und eins reicht, finde ich. Oh, du bist eine Mimi. Eine Mimika. Lol. Die erste. Ha, ich hätte die jetzt einfach aufgemacht. Arbeitshaken. Kleiner, glatter Seidenerstein. Oh. Hier ist immer noch Gift. Warum konnte ich da oben jetzt eine Giftresistenz hinmachen? Ist hier jetzt vielleicht nichts mehr drin? Doch, hier ist immer noch was drin. An Gift. Scheiße. Was hat mir das jetzt gebracht da oben? Hä? Nochmal angucken. Das war ja jetzt seltsam. Das muss ich mir nochmal anschauen. Okay. Okay. Bild. Huh. Ah... 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 Okay... Ich guck mich hier noch mal ein bisschen um jetzt. So, gute Hexe. So weit kann ich die Bombe nicht werfen. So... 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 So...? So...? So stage two... So stage two... Hier ist irgendwas drin, ach guck mal Nein, ach fuck Gut, also Ich sehe auch aktuell Eigentlich sehe ich es nicht mit dem Menschenbild Aber ich muss ja Sonst Habe ich ihnen keine Chance da oben gegen die Giftige Ja, wunderbar So habe ich es am liebsten Ich sehe 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 es am liebsten Magst du einen Tipp? Nee Der Bastard Ich kann es noch nicht raus Wie ich an ihm vorbeikomme Außer wenn es so eine Sache ist Wo ich schon eigentlich dran vorbei war Und nur den richtigen Knopf mal wieder nicht gedrückt habe So So Pass mal auf Jetzt erstmal die beiden hier Dann schauen wir nochmal nach dem da hinten Ach Fuck off Angift gestorben Kein Schalter oder Hebel Beide Untertitel Ich sehe die 3 Das ist Kiste Beide Die Das ist Ich sehe Du Ich sehe W customer Ich sehe Ich sehe aus Haben Bis Ich sehe Ich sehe Es Ich sehe Dann kann es ja eigentlich nur was sein, was ich kaputt machen muss. Nee, nee. Lass mal gut sein. Ja, oder ich muss an irgendwas sterben. Warte mal. Habe ich nicht Feuerpfeile? Schade, wäre auch zu schön gewesen. Auch nicht dran sterben. Ja. 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 Das habe ich ja schon aktiviert. Ey Gift, kannst du mal bitte aufhören? Wie wär's? Ich hab jetzt keinen Bock auf eine Vergiftung Komm, reicht Reicht, reicht Ach, scheiße Jetzt hab ich's verschwendet Jetzt hab ich's verschwendet Und ich bin schon wieder vergiftet, oder? Fuck Saftsack Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann Ist, dass da hinten Nirgendwo was ist Hm, da oben sind die beiden Boys Ach, ich will mich nicht schon wieder vergiften Wenn ich da durchrenne No Oh, und ich bin vergiftet Hallo, hau drauf Ach, Mann Will doch nur mal nach da hinten schauen Ich hab Menschlichkeit verschwendet No Weil ich jetzt wieder auf Erkundung hier in den, in diesen, in dieser Gegend gehe Okay Okay Danke Wo, was sind die da oben eigentlich? Ja, da komm ich wahrscheinlich hin, wenn ich die Hoppala Wenn ich die gekillt hab Ah, nee Nee, da komm ich hin, wenn ich hier weitergehe Wahrscheinlich rechts, ne? Nein, nein, nein Oh, fuck Bin ich gleich wieder vergiftet Hallo? Kommst du bitte? Da bist du Was? Zwei? Okay Der, der runtergefallen war, ist nicht gestorben Der kam dann plötzlich wieder aus der Ecke Okay Ach ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du ganz oft zuhauen kannst. Du bist super. So, kommst du bitte da. Okay, hm, also... Ich muss jetzt darauf warten, dass die Vergiftung aufhört, bevor ich hier irgendwas machen kann. Und die... Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Doch, ich hab's überlebt. Sehr gut. Giftweile. Okay. Und hier ist eine Kiste. Oh, hier komm ich aber nicht... Oh, das ist... Mutig. Ah, hat funktioniert. Sehr gut. Wo bin ich hier? Oh oh. Shitty. Was ist das? Oh! Zum Teufel! Oh! Noch ein Pharaos Wahrheitsverkünder. Wait. Oder Pharaos. Noch mal so ein Ding. Aha. Aha. Nein. Ja, ist gut. Grabwächtergewand. Gut. Bin ich von hier irgendwie da hochgekommen? War ich hier schon? Wahrscheinlich. Ich check's gerade nicht. Du bist eine verdammte Ratte. Geht's hinter ihm weiter? Weiß ich nicht. Will ich da rüber? Weiß ich nicht. Okay. Alles klar. Er macht alles kaputt. Seele ist ein rotes Wasser. Schimmernder Lebensstein. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay. Ah, hi. Hab ich doch fast gewusst, dass da irgendwo einer rumgammelt. Unruhe. Oh-oh. Nein. Nein. Okay. Ja! Oh neee! Ach, fuck you, man! Oh, my God! Nee, nee Da hinten durch Nochmal in diesen engen Gängen gegen die ganzen Trottel Okay, wenn ich da schon war Dann muss es ja fast hier unten irgendwo sein Ach Ja klar, hey, ja, 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 ist okay Ja, 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 ja Ach Von hinter mir, komm, da wo mein Leuchtfeuer ist Kommen auch nochmal zwei Hey, geil Huhuhuhu Was hab ich denn eigentlich so für Ringe? Hab ich hier irgendeinen Giftresistenzring? Gefallene Gegner Ringen Nee 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 Wo kamen jetzt die beiden plötzlich hinter mir her? Das war ja wild Nee 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 gut und tschüss da kann ich glaube ich nicht rüber hüpfen das ist zu weit hmm so 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 Hallo, runter mit dir. Oh, warte mal, das... Aha, okay. Hier war ich ja noch gar nicht. Ich dachte vorhin, hier geht's nicht weiter. Ja, ja, klar. Gib mir einfach den Lut, verdammt. Du warst ganz nah dran. Ah, hab ich dich schon zwölfmal gekillt oder 13, 14, 15 mal, wie auch immer. Ja, 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 ja. Ja, jetzt läggert ihr mich da rein. Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Jetzt fällt er runter. Bluch. Könnt ihr mal... Was? Ach. Rrrr Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Nee, das reicht doch nicht. Da kann ich doch nicht rüberhüpfen, oder? Aber wie sollte ich sonst da rüberkommen? Da muss ich doch rüberhüpfen können. Was ist das hier? Nee, geht auch nix. Ich probiere jetzt nochmal da rüber zu hüpfen. Nee, da komme ich nicht rüber. Warum auch immer da Loot liegt, ist vielleicht einfach Bait. Und es ist Abfall, der da liegt, oder so. Gut, also. Oh je, dahinter geht's aber irgendwie, da kommt eine Treppe hoch und so, ne? Und da oben geht's auch lang. Willst du nicht nochmal draufhauen? Jetzt ist er aber tot. Gut, der kommt nicht nochmal. Aber kommt jetzt hier irgendein anderer oder so? Weil vorhin war der ja da auch da runtergefallen. Hier vergifte ich mich jetzt wieder, weil der mich trifft mit seinem Bogen. Nee, so geht's. Sehr gut. Sie kann nicht bis hierher schießen, oder? Scheiße. Ich glaube, ich kann auch einfach hier runterfallen. Ich muss gar nicht darüber zu ihr. Dann falle ich der... Dann gehe ich jetzt da runter. In diesem Drehding. Ach nee, jetzt bin ich wieder auf die... Auf den Auslöser getreten. Der Falle. Komm, ja. Ja, ja. Ja, mit dem... ...sieben Schlägen, denen ich nicht ausweichen oder sonst irgendwie mich dagegen verteidigen kann. Doch, ich könnte mal versuchen, meine Abwehr hochzuhalten. Sobald das losgeht, ne? Weil ausweichen geht nicht. Ich habe schon so oft B getriggert, währenddem die da versucht haben, mich... ...oder mich abgeschnetzelt haben. ... ... Scheiße Damit sind wir Vergiftet Und auf jeden Fall Geschichte Gut, ich darf nicht mal mehr saufen Ich hatte doch noch ein Viertel Leben Oder so Seltsam Vielleicht hat mich die Flamme getroffen Vielleicht war es die Flamme an der Stelle Eins sag ich euch, das macht hier gerade keinen Spaß Das ist einfach nur Fleißarbeit Ganz, ganz grobe Unschöne Fleißarbeit Das ist einfach nur ein Viertel Das ist einfach nur ein Viertel So, schieß Nein, Mann Dass dieses Gift auch so hart triggert Danke Ja, runter mit dir Was ist hier? Was ist hier? Hier ist nix Das ist ein Aufzug Moment, das hier ist ein Aufzug Oder eine Fallgrube oder eine Klappe oder irgendwas Moment, 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 Moment Ich wollte es gerade eben schon machen, habe ich vergessen. Ich muss mal gucken. Oh, welches dieser Symbole ist Gift? Finsternis, Blitz, Feuer, Magie, körperliche Abwehr, Körper, Körper, Körper. Da, Gift, der Tropfen. Okay, also. 18. Nein, die Falle aktiviert. Kacke. Jetzt vergifte ich mich wieder. Fuck. Okay, Reset. So viel bringt diese Rüstung wohl dann doch nicht. Aber vielleicht das kleine bisschen, dass mich dieser Bogenschütze nicht so direkt so hart vergiftet. Gucken wir mal. Okay. Ah, nee, macht keinen Unterschied. Ist auch halb vergiftet durch den Pfeil, war genau das gleiche wie vorher. Ja, ja, ich hämmer B. Mehr öfter B hämmern geht nicht in der Sekunde. Spiel. Öfter geht nicht. So, jetzt schieß mal. Danke. So, runter da. Scheiße. Nicht gut. Heilen. Jawohl. Nein, 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 ich muss sie killen. Ich dachte, sie trifft mich da oben vielleicht von da oben nicht, wenn ich hier runter gehe. Ah, ich muss sie killen. Ich muss sie killen. Scheiße. Mist. An diesen kleinen, unsinnigen Fleckchen hier so viel Zeit verschwenden, nur weil ich... Weil dieser Boss so kacke ist, dass sie ihn in Gift reinstellen. Äh, klar. Ist cool. Aha. Ja, ja, genau. Gib mir noch eine. Ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Und tot. Habe ich euch langsam nicht mal genug da oben gekillt? Jetzt, komm. Dürfte doch jetzt langsam gut sein, oder? Bin jetzt oft genug hier hochgelaufen, um euch zu töten. Ihr seid schon so oft gestorben, ihr zwei. Es heißt, irgendwann habt ihr genug. Allerdings immer noch nicht. Diesmal brauchst du drei Schläge. Ja, ist gut. Okay. Ach, wir steigen ja noch im Gift. Ja, das heißt, ich bin auf jeden Fall wieder vergiftet. Können wir gerade sterben gehen? Mach da einer Strichliste? Wie oft ich da schon hochgegangen bin, diese Leiter? Wie oft, wie oft kommen sie noch? Wie oft spawnt ihr noch? Ah, dein Kumpel hat dich mittlerweile allein gelassen, hm? Also. Ja. Das war's. Das war's. Na, endlich haben wir's mal hier runter geschafft. Mann, Mann, Mann. Achso, nee, vorhin war ich ja auch noch... Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Kein Fortschritt. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.